Hier präsentieren wir die 5 besten Rückenkissen-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Sabiatex Rückenkissen. Ideale Linderung der Rückenmuskelmaße. Außergewöhnlich zum Auschecken oder Sehen von Television perfekt für Personen, die aufgrund von Krankheit oder Verletzung viel Zeit im Bett verbringen müssen. Traditionelle Kissen sacken immer mehr in der Zeit. Dank der hervorragenden Bauweise und auch der speziellen ergonomischen Keilform werden Sie effizient unterstützt. Nummer 4. Werkartkissen samt Rückenkissen lesen Kopfkissen Nacken Rolle Hals. Standard-Quadratkissen sind leicht zu verkleinern und passen nicht sehr gut auf unseren Rücken. Es gibt ständig Rückenschmerzen, wenn Sie mit ihm für eine lange Zeit ruhen. Unser Backpart behebt dieses Problem. Dieses Kopfteilkissen mit Bergkante ist ergonomisch geformt und kann orthopädische Schmerzen lindern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Sonypilo Palettenkissen Die Palettenkissen von Sonypilo sind eine wunderbare Alternative zu einem Sesselkissen oder Sitzsack, der eine einfache Euro-Palette direkt in einen gemütlichen Ort zum Sitzen und Liegen verwandelt. Optimal zum Ausruhen, Entspannen, Zurücklehnen. Sie sind ideal als funktionale Ergänzung zu Ihrem Hof, Residenz, Club oder Arbeitsplatz und geben Ihnen ein modernes Design. Nummer 2. Sonypilo Palettenkissen Palettenauflage Die Palettenpolster sind eine gute Wahl für eine einfache Stuhlpolsterung oder Sitzsack. Sie verwandeln eine einfache Euro-Palette direkt in einen bequemen Platz zum Sitzen und Liegen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Für Sitz- und Rückenkissen wird ein hochwertiger Schaumstoff mit einer Dicke von 25 kg M3 verwendet. Der Schaum mit der hohen Dicke verformt sich nicht und sorgt für höchste Ruhe und Liegekomfort. Und die Nummer 1 unserer Liste. Max Vitalis Rückenkissen Bettsofa Die Keilform dieses durchdachten Kissens ermöglicht eine spezifisch funktionale Nutzung und macht es ideal zum Lesen, Sehen von Television, Schlafen und Lösen. Wenn Sie möchten, können Sie die entsprechende Nackenrolle aus dem Kissen loswerden sowie reparieren Sie es in 3 verschiedenen Positionen auf dem Kissen, für ausgezeichneten Komfort in jeder Position. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal! Danke fürs Zuschauen!